Hey Leute, ich mache ein neues Intro. Ich habe ein neues Intro hochgeladen, also auf YouTube, aber dann habe ich es wieder gelöscht, weil es mir dann doch nicht mehr so gut gefallen hat. Und jetzt habe ich noch mein neues gemacht. Und ja, ich werde vielleicht mehrere Intros machen und dann irgendwann lasse ich euch mal vielleicht entscheiden. Und jetzt seht ihr erstmal mein neues Intro. Outro